Jetzt haben sie super simple Bugs. Ach, verlangen wir wieder ein Annie. Sie verhindern hier die Chance, klasse, aufgepasst. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Chance zur Flanke jetzt. Wo steckt der mich denn hin? Ah, sorry. Entschuldigung. Ach, du hast defensiv gestellt, oder? Ja, soll ich überzeugt sein wieder? Ja, weil irgendwie... Ich glaube, dass das bei dir irgendwas ändert. Ich werde mich immer ganz woanders sehen jetzt plötzlich. Ah, okay. Ich habe es wieder zurück auf ausgeglichen. Für diese Aktion gibt's hier die gelbe Karte. Das geht wohl auch in Ordnung so. Das gibt's doch nicht. Gut dazwischen gegangen. Die Snakes mit dem Vorstoß. Boah, schlecht. Aber fair, erholt den Ball mit der Grätsche. Sie können die Schande ... Oh. Erschöne. Schön vorbeigekommen. Nein! Nein! Achso... Nein! Wo ist der mit jetzt? Ach! Die Snakes jetzt in der Offensive. Einfacher Ball hier für den Torwart. Gefährliches Anspiel. Gefährliches Anspiel, aber der Keeper ist da mit einem Hengssprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ich bin schon nach hinten, Arne. Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Und jetzt der Schuss. Die Ecke geheftet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Und sie wird die Ecke ab. Zieht mich hin. Ja, guck mal die Füße. Stut, alles gut. Oh, schade. Oh, dein Glück. Roach, die Snakes mit einem Angriff. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Die Ballbesitzzahlen sprechen in den letzten 15 Minuten für die Snakes. Und Chancen haben sie auf. Aus meiner Sicht dauert sie nicht mehr lange. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Sie drehen an der Uhr. Das lässt sich nicht schön reden. Das sieht auch nicht schön aus. Aber vielleicht lohnt sich's ja. Dieses Remis wäre ein schöner Erfolg. Sehen die Gästefans verständlicherweise anders. Hört ihr die mal an. Ich glaub, die sind sauer. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war klapp. mutig hat schon ja nene 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 Mathieu In der Bot Oh, sorry, zu schwer Nein Das ist ein guter Equipo Irgendwas ist in meinem Kontrollautomaten richtig Oh, schön Ich will hier nichts machen Spannlich Oh, schön Klasse, wie er das macht Holt sich den Ball Da lässt er sich weit zurückfallen Will den Ball Sieht gefährlich aus Hast du noch? Schön Oh, scheinig Schön Unentschieden reicht Kann ich nicht Lachen Nein ... Ne Ach Unentschieden Ha Ratsch Fiat 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 Ja, die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Ach. Wohin? 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 Okay. Ach, der scheiß Bot. Oh. Oh. Nein. Jawohl. Oh. Nö. Ah. Komm, komm, komm. Komm, Bot. Schatz. Oh, Mann. Tagge. Das Spiel geht weiter, die Snakes sind vorne. Platz da jetzt auf außen für die Snakes. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Sie bekommen den Anwurf. Jetzt ist der Platz da. Er holt sich den Ball. Oh, sollte zu dir. Sehr schön. Ja, schön gemacht. Haben wir so geplant. Das ist die Hoffnung. Er ist wieder da. Jetzt müssen sie dranbleiben und müssen das Momentum ausnutzen. Ein Sieg und dann ist es das. Jetzt schnell noch einen Treffer nachlegen. Und damit alles auf Anfang. Es steht eins zu eins. Ja, das war eins. Noch komm schon. Ja, ja, ohne Grund haben wir den Ball abgefangen. Da ist es. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Platz auf den Flügel hier für die Snakes. Roach. Ach komm, da war schon dran. Ach, Manni. Ich stehe doch nach vorne. Ich stehe doch nach vorne. Aktueller Spielstand, jetzt also 2 zu 1. Muss ein Wurf geben. Und? Oh. Oh, Ballgewin hätte gefährlich werden können. Mein. Was vom Verteidiger. Schade. Höhen. Nein. Ach, Mann. Schade. Also, das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erst mal rankommen. Die Snakes mit einem Angriff. Kann er was draus machen? Gut verteidigt. Och Gott. Super Aktion. Sorry. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Die Snakes hätten Platz auf außen. Jetzt hat er den Ball. Sie liegen hinten und das ist natürlich ein bitterer Zwischenstand. Denn nur ein Sieg bringt Ihnen den Aufstieg. Tja, und ob Sie das hier noch drehen können? Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich mir den bisherigen Spielverlauf anschaue. Das ist nicht das Niveau, das Sie sonst abrufen können. Es fehlt an allen Ecken und Ecken. Ach, der macht die ganze dasselbe. Der Blick zur Uhr noch sieben. Und der Punkt in die Gegner. Den Ball kann er abwangen. Der Ball fliegt hoch ein. Abgeblockt. Oh, Schaule. Ja, das ist ein guter Pass. Könnte jetzt was werden. Aber der Ball ist jetzt mal weg. Der geht energisch dazwischen. Schön. Oh. Das war es leider. Zwei Tome werden wir nicht mehr schaffen. Der Ball kommt rein. Der Befreiungsschlag. Oh, Schaule. Raus mit dem. Der. Könnte ich halt vordermal. Ja, da werden wir noch zwei Chancen haben. Mittwoch. Eine. Eine war es in der Zeit. Meine eine noch, oder? Na dann. Jo, denke ich auch mal. Gute Nacht. Na. Genau. Gute Nacht. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Vielen Dank.